Cool, es geht super von hier unten. Ich hab' nicht gedacht. So, fertig. Okay, warte. Guck mal bitte, ob die Wand, ähm, ob das so passt. Ich sehe gar keine Wand. Äh, ne, das, was ich jetzt hier hingestellt hab' noch, dieses Gerüst. Wo ist das? Das ist an der Customs, der, ach so, das ist noch gar nicht fertig, warte, das sehe grad nur ich. Warte, warte. Ich hab's gleich. Oh mein Gott. Siehst du's? 56 Baumstämme, ey. Aber das, das könnte... Muss man ja ganz weiterbroten. Ah, das könnte geil. Vor allem, du hast dann da oben, überall, ähm, kannst du drauflaufen auf den Gittern. Also einen Baumstamm haben wir schon mal. Warte mal, warte mal, ich würde das mal von oben sehen. Also ist das jetzt unser großes Projekt, oder was? Wir könnten dann komplett auf dem Baum rumlaufen. Na, dann machen wir das. Das dauert ja jetzt auch nicht so lange. Ne, ich mein, wir sind ja zu zweit. Geil wär's, wenn wir natürlich den, äh, Baum-Dings-Bug noch ausnutzen könnten, aber den gibt's glaub' nicht mehr. Weißt du Gott ja auch nicht, was du meinst. Es gab mal so'n, so'n Dings-Bug. Warte mal, ich möchte mal, kann ich... Was gab's für'n Bug? Es gab mal so'n geilen Bug. Da konnte man, ähm... Danke für die Info. Ne, da konnte man einfach nur... Danke. Ich hab' mal noch so'n Dings dazu gemacht. Ähm, da konnte man... Da konnte man, äh, mit Hilfe von drei Baumstämmen, konnte man sich immer mehrere cheaten, indem man die ganz schnell ineinander aufgenommen hat. Ach so, cool. Na, okay, das hier sieht kacke aus, das lass' ich erst mal weg. Okay, jetzt erst mal Bäume fällen. Und auf dem Dings können wir nämlich dann da oben auch was bauen. Also auf diesen Custom-Platten. So. Baum, 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 Baum. Bist du noch da? Hallo, Steve? Ja, ja, ich bin da. Okay. Ich dachte grad, du bist... Verschwunden, das wär' so schlimm gewesen. Boah, ich finde, The Forest macht so Spaß, wenn man das... Ach so, du... Oh, ein Vögelchen ist auf meinem Arm. Du darfst die Bäume übrigens nicht so fällen, dass die auf unser Lager fallen, weil dann geht das Lager kaputt. Meine Fresse, das Spiel ist kompliziert. Eine Plattform ist fertig da oben. Oh, 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 Alter, ist das laut durch den Regen jetzt hier. Echt, ja, wenn man nicht... Ich würd' auch sagen, wir bauen uns, ähm, zwei Shatter erstmal noch hier hin, oder? Oder zumindest einen so'n fetteren. Oben drauf oder unten? Na, ich weiß nicht, ob ob obendrauf jetzt schon so'n Sinn macht. Ich würd' sagen, eher hier unten hin, so am Baum erstmal. Weil damit wir schlafen und abspeichern können im Notfall. Pass mal auf, ich mach mal hier so... Grad irgendwelche Leute schreien haben. So, ich mach mal hier. Mach die Baumstämme dann jetzt erstmal, ähm, in den Shatter rein. Ach, du brauchst den großen. Ja, weil, ich glaub, den können wir beide nutzen. Einen Lagerfeuer müssten wir auch noch bauen. Was denn noch alles? Ja. Naja, ansonsten werden wir ja elendig in der Nacht wieder verrecken. Lalalala, Baum, Baum, Baum. Ey, da liegen übrigens noch Baumstämme nochmal so zur Info. Ja, ich weiß, den hab ich grad gefährt, den Baum. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich brauch dringend was zu essen und was zu trinken. So. Nächster Baum ist gefällt. Wie der Steve einfach mal dagegen rumstehen bleibt. Einfach schön. Ja, bei mir leckt das grad irgendwie ein bisschen. Okay, den Baum... Ja, den Baum, ja, den Baumstamm kannst du schon wieder ins Haus stellen. Wollen wir beide mal schlafen, damit's hell wird? Ja. Okay, dann. Ist das C oder Z? Ja, 3, 2, 1. So, das dürfte jetzt geklappt haben, theoretisch. Ja, ist es hell. Wollen wir mal abspeichern mit C? Ja. Auch wieder runterziehen oder kann man das so nacheinander machen? Ne, das kannst du nacheinander machen, theoretisch. Ja. Okay. Gut. Bei mir ist gespeichert und wir haben den Shatter hier auf jeden Fall stehen, der gar nicht so dumm ist hier unten. Also das ist durchaus ne Sache. Los, weiter! Jo. Ich brauche... Oh, ne, ich baue... Ich fäll' du weiter Bäume, ich baue ein Lagerfeuer noch hier daneben. Damit wir uns noch was zu essen machen können. Also ich würde sagen, bis drei Viertel nehmen wir noch auf, weil dann muss ich auch mal mein Video schneiden. Wie spät ist es? 34. Wow! Oh! Oh, naja, sorry. Ich hätte gesagt, wir... Kriegen wir das? Wie viele Baumstämme braucht man hier? Ich hätte gesagt, komm, wir machen das Ding noch fertig. Ich meine, das sind noch 30 Baumstämme. Ja, okay. Und dann... Ich lege uns mal beiden was zu essen drauf, ja? 40 Baumstämme. Ja. Okay, dann eben 40. Naja, ist doch fast dasselbe. Irgendwie nicht. So, ich habe jetzt... Ich habe jetzt zweimal rohes Fleisch noch drauf gelegt. Weil ich brauche dringend erstmal was zu essen hier. Und was zu trinken. Haben wir eigentlich schon so einen Topf? Ne, wir haben noch keinen Topf gefunden. Das ist scheiße. Was los? Okay, dein Essen ist fertig, wenn du brauchst. Ja. Ich fälle weiter Bäume jetzt. Vielen Dank. Baumfällen macht Spaß. Baumfällen macht Spaß. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Na los, fall um. Und weiter fällt der Baum. Noch 36 Stück brauchen wir, ja? Na los, fall um Nein, der fällt in die falsche Richtung Ach naja, das ist doch Über zweit vom Lager weg Zum Glück Okay, hier liegen erstmal ein paar Baumstämme rum Die können wir erstmal dran knipsen Boah, das wird eine richtig geile Festung Endlich mal haben wir eine richtig gute Festung Und am Ende wird es total scheiße Am Ende kommt wieder ein Update raus Und wir müssen alles neu machen Das wäre richtig bescheuert Dann beende ich sofort die Staffel Das Spiel lösche ich dann Rückerstattung bei Steam Nach zwei Jahren Na, das geht leider nicht Ich glaube 48 Stunden hast du Zeit Das zurück zu erstatten Da sind wir ja leicht drüber Ja, und du darfst nicht länger als 2 Spielstunden gespielt haben Bin wir ja auch leicht drüber Ich glaube ich vorhin, wo ich geguckt habe, hatte ich 8 Weil ich glaube, ich hatte mir mal dieses Vortex The Getaway Was Sachert schon mal gespielt hat Das hatte ich mir nämlich mal gekauft Und das lief aber gar nicht Also nicht, weil mein Rechner zu schlecht ist oder so Sondern einfach performance-technisch War das Spiel einfach noch nicht ausgereift Und hatte dann irgendwie 15 FPS Auf ganz niedrigen Einstellungen Obwohl das Spiel viel schlechter aussieht Als The Forest Und da habe ich auch gesagt Alter, ich brenne auf Da habe ich auch gesagt Irgendwie nach 20 Minuten Spielzeit Das muss sofort zurückerstattet werden Boah, guck mal Wie schnell das geht Ey, wir sind bei 37 von 56 Noch 19 Stück Dann sind wir fertig Aber es ist schon nicht schlecht Und es sieht auch gut aus Haben wir doch wieder eine richtig geile Sache Richtig gute Idee von mir Ne, war nur meine Idee Aber Ist okay Richtig dumm wäre es jetzt Ich sehe ja durch OBS leider nicht Auf das Aufnimmt Hast du am Anfang auf Aufnahme gedrückt Jaja, ich bin der Meinung Ich habe da auf jeden Fall drauf gedrückt Ach ne, es wird schon aufnehmen Ich hoffe es Ansonsten war das ja alles für die Cuts Dann habt ihr das alles nicht gesehen Und dann seht ihr aus Die nächste Aufnahme-Session Wo wir alles schon fertig gebaut haben Und uns dann in unserem eigenen Ruhm ergötzen Ja Wie geil, wenn wir das gemacht haben So, noch 13 Hier liegen noch 3 Also noch 10 Nur noch 11 Noch 9 Noch 8 Ich habe immer Angst Die Bäume in der Nähe zu fällen Nicht, dass hier irgendeins da drauf kracht Dann dürfen wir von vorne anfangen Boah, ich muss das mal Ausdauer tanken Theoretisch dürfte man doch Wenn ich den Baum jetzt hier noch nehme Fertig sein dann, oder? Also ich habe jetzt noch 2 Also noch 6 Hä, aber kriegst du nicht durch einen Baum 4 Baumstämme? Ja, ich hatte nur gerade 2 getragen Deswegen hatte ich Habe ich gerade gesagt So, ich dachte schon Also ich habe jetzt hier noch Genau 4 Noch 4 Stück müssen dran Und ich habe jetzt noch 2, die hier liegen Du müsstest ja auch noch 2 haben Wo hast denn du den Baum gefällt? Eigentlich hier Die vielleicht runtergerollt Nein Oder ich habe hier Ah ne, da Hier, hier, hier Oh, da sind sogar noch 3 Da liegen sogar noch 3 Na weißt du was Da baue ich dann gleich oben schnell noch eine Bank drauf Junge Ah, weißt du nur Was wir für ein Problem haben könnten? Fertig Welches? Wenn wir da oben was draufbauen Kriegen wir denn Die Holzstämme da hoch Wenn wir nur hochklettern können Ich glaube da müssen wir noch eine Treppe dran bauen Dann irgendwann Das ist doch jetzt erstmal nebensächlich Oh, wie geil das hier ist ey Geil So, zeig Das möchte ich jetzt auch unbedingt mal sehen Kannst einfach überall lang laufen Richtig cool Ja, geil Nice Ja Vor allem du kannst ja auch noch auf die Äste draufklettern Boah, richtig Das habe ich jetzt ja auch nicht ausprobiert Ja, du kannst echt noch auf die Äste Ja, gucke Ich stehe jetzt ganz oben in der Baumkrone Warte Hallöchen Echt cool Boah, sehr, sehr geil Sehr, sehr geil Also ich feiere das echt grad So, jetzt werden wir die Aufnahme Oh Äh Ich habe grad leicht Leben verloren Aber ist okay Ähm Ich würde nur gerne noch Wir haben noch ein Baumstamm Boah Krass Wie der Baum weht ey Was machst du denn? Nichts Bei dir weht der ja Bei mir Wäre doch ein bisschen Geht, geht leider nicht Mh Ich würde gerne nur wissen Ob wir da Die andere Kannst du bitte mal einen Satz von dir ausreden Und nicht immer aufhören Die andere Sache ist halt Wenn wir jetzt hier eine Treppe dran bauen Damit wir da oben was mit Ähm Mit Holz halt bauen können Mit richtigen Holzstämmen Dann müssen wir ja die Treppe irgendwie so Vorregeln, dass die Eingeborenen nicht hochkommen Ja Weißt du wie ich meine? Kann man das nicht so machen Dass die Treppe Äh Sagen wir mal nur kurz vor den Anfang Von dem Ding geht Und dann halt Dass wir springen Und drauf springen müssen Also dass wir jetzt da drauf springen müssen Und jetzt nicht direkt drauf laufen Könnt man auch Oder wir bauen um die Treppe noch extra einen Zaun Könnt man auch machen Ich würde sowieso sagen Dass wir das ganze Ding hier Vom Baum aus Noch ein bisschen weiter ausbauen Damit wir noch mehr Platz hier oben haben Dann Ja na das kann man ja dann später machen Aber ich würde sagen Für die Aufnahmesession Haben wir doch ordentlich was geschafft Oder? Ja Ist nicht schlecht So jetzt Was wir jetzt So mit dem einen Baumstamm hier noch machen Den wir jetzt da noch haben Naja Den können wir halt auch liegen lassen Ja Das steht hier nicht Haben halt erstmal ordentlich was geschafft So ich speichere dann jetzt nochmal ab Guck mal hier hinter kann man auch hier rein Also hier rein Ist ja cool Moment ich speichere nochmal ab So ich hab jetzt abgespeichert Alter ja cool Mega cool Oh oh Hier kommst du auch wieder raus? Ja Leicht Geil Das heißt wir könnten sogar hier in Deckung gehen Wenn die angreifen Allerdings machen die dann halt Das Ding Also die können das halt auch kaputt machen Diese Holzbarrikaden Ja naja Mein Gott Also Ja 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 kann man mit leben denke ich So Repair Tool Man kann irgendwie so ein Repair Tool bauen Aber ich weiß nicht mit was Mit einem Tool zum Repairen Ah ich Ne doch nicht Irgendwas brauche ich noch Repair Tool Das Das Eine Sache fällt noch Aber was Hm Nein Nö Naja Finden wir in der nächsten Folge noch raus Oder so Mal gucken Ansonsten würde ich sagen Das war's für diese Aufnahme Session Gespeichert haben wir ja Du hoffentlich auch nochmal Ähm Ja Ja Und äh ja Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder Mit unserer bescheidenen Hütte Die wir dann natürlich noch weiter ausbauen Und 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 Ähm Sobald wir uns hier ein bisschen häuslich eingerichtet haben Werden wir dann natürlich auch die Insel weiter erkunden Weil es gibt ja auch noch so viele Sachen Wie das Katana Die anderen Äxte Die wir finden wollen und müssen Damit wir auch irgendwann das Ende freispielen können Äh Oder überhaupt ein Ende erspielen können Und äh ja Das machen wir auch wie gesagt in den nächsten Aufnahmesession Ähm Ich hab sehr sehr viel Spaß hier an The Forest Ich hoffe Steve Dir geht's auch so Ja es macht wirklich Spaß Vor allem wie schnell das ja eigentlich geht Was wir jetzt hier in der kurzen Zeit alles gebaut haben Ja Ja richtig geil War zwar erstmal echt lang Bis wir diesen Baum gefunden haben Aber ich glaube das lohnt sich echt Hm Vor allem Was denn da alles Was wir da noch alles drauf bauen können Ja das ist ja jetzt gerade mal nur der Grundriss Ja Also wirklich Richtig richtig cool So Leute Ich würde sagen Das war's für diese Aufnahmesession Wir sehen uns hier Steve beginnt selbst Ah Oh shit Wirklich fast Ja wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder Und bis dahin Haut rein Und das Schlusswort hat Steve Haut rein Leute Macht's gut Ciao 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 Tschüss Mir ist's begin